Moin moin Leute, mein Name ist Reefazer und ich bin mal wieder in Skills Special Force 2 unterwegs und ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal ein bisschen was. Erstmal hier mein normales Setting, MP7H1 mit der Armbrust, dann habe ich die A3 mit einer Handvoll Waffe, keine Ahnung, welche das ist, die Tomahawk und dann habe ich die AWP mit der Infinity glaube ich noch dabei und ich dachte, ich zog mal wieder ein wenig, denn ich brauche mal wieder Skill Points, um euch neue Waffen zu zeigen. So, Spiel läuft, Spiel läuft und einige haben mich auch gefragt, was spielst du am liebsten? Ich hatte es gerade angefangen mit der Sniper, also okay, damn. Am liebsten, Moment, ich glaube jetzt gibt es einen Cut und jetzt müsse mein Dings wieder da sein, von der Lobby nehme ich ins Spiel, gibt es mal einen kleinen Cut. Am liebsten spiele ich persönlich wirklich Team Deathmatch, kann ich gar nicht anders sagen oder Single. So, Sieger, Blasting und das ganze andere ist ganz nett, aber ist nicht das wahre. Und wenn ihr euch fragt, wie man hier raufkommt, das werde ich euch nicht sagen. Ja, vielleicht doch, schreibt es einfach in die Kommentare, dann sage ich es euch. Aber wenn zwei Leute hier sind, ist das gar nicht mal... Also super, da wollte ich mal mit der Sniper unterwegs sein und dann kommt gleich so ein Idiot, der auch eine Sniper dabei hat. Aber wir rushen da wohl ziemlich durch, wie es aussieht. Also schnell wechseln. Und ihr merkt, ich und Sniper da... Juhu, das läuft schon mal gut. Ich kann überhaupt nicht mit der Sniper umgehen. Warum ich sie jetzt gerade rausgeholt habe, ja, damn ist immer so eine Sache. Da kann man sie mal wieder rauspacken, auch wenn sie jetzt nicht die beste Waffe ist. Also in meinen Augen, weil ich sie nicht kann. Also nicht spielen kann. Aber ich muss halt ein paar Kills mit der Sniper machen. Dadurch kriege ich halt die Skillpoints dann auch mal wieder. Ich gehe mal andersrum. Und immer schön die Waffe rausholen, damit läuft hier schneller. Und wie dem ich jetzt... Der konnte mich... Achso, der konnte mich sehen. Nicht ihn nicht. Mit der PSG 1. Und der ist gerade nicht aus dem Scope rausgegangen, um nochmal zu schießen. Hm. Und das ist vielleicht die nächste Sniper, die ich mir anschauen sollte. Denn das ist ja mein Problem mit den Sniperwaffen. Erstmal brauche ich viel zu lange zum Scopen. Ach Gott, das läuft hier gar nicht. Okay, wir wechseln doch die Waffe. 0,3er für den Anfang. Super, weiter geht's. Ja, ich brauche viel zu lange zum Scopen. Das ist das Erste, weil das halt nicht so ganz meins ist. Und zum Zweiten muss man ja nach jedem Schuss dann wieder aus dem Scope raus. So, zumindest ist... Ich konnte ja gerade da durchkommen, obwohl da einer von uns ist. Ja. Die würde ich mir gerne angucken. Ich konnte ihn überhaupt nicht sehen. Hm. Wie sieht es hier überhaupt aus? Rephaser 1,04. Yeah. Weil er es drauf hat. Warum so ein Video? Da merkt ihr, es läuft nicht immer gut. Upp. Bei weitem nicht. Der PK 74 wäre hier auch eine ganz gute Wahl gewesen. Und jetzt sehe ich nichts. Also nach links. Ja, klar. Egal, ich probiere es trotzdem mit der Sniper. Wenn es schon gar nicht läuft, dann kann man es auch ganz durchziehen, oder? Wie sagt der Spiele-Löwe so schön, snipen like a sir. Nicht mit mir. Ich kann auch nicht mal normal snipen. Also das recht nicht wie die like a sir. Hier geht gerade nicht viel. Du, 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 du. Yeah. Top Schuss. Oh, noch einer. Na, verdammt. Oh, viel zu lange zum Zielen. Meine Reaktionszeit. Gut, das ist auch das erste Spiel. Das ist immer ein bisschen anstrengender. Ja, ich weiß nicht, kennt ihr das, dieses Kalt? So. Also wenn ihr das bis jetzt noch nicht rausgefunden habt, wie ich da rauskomme, ich mach's extra langsam. Oh, mann. Drecks Camper. Naja, ich mach's ja auch nicht anders. Du, 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 du. Die kommen nicht vorwärts, aber wir auch nicht irgendwie. Verdammt, ich hab mich extra weggedreht. Die warten am Trauch, warten an so'n Scheiß. Ach, komm. Der hat mich noch nicht mal anvisiert. Verstehe, das ist einer. Nee, du, nee, du, nee, du. Das läuft ja prickelnd. Übrigens, wenn ihr immer noch Bock darauf habt, inweitet mich, ladet mich ein. Ich nehm eigentlich jede Anfrage, die ankommt, zurzeit. Ich hoffe mal, dass die nicht irgendwann... Oh Gott, hab ich's drauf. Selbst die Hände sind kalt. Ähm, ja, ich hab bis jetzt eigentlich bei Skills Special Force 2 jede Anfrage, die ich hatte, mal angenommen. Trotz meiner 6-9. Also, wenn ihr Bock habt, mit einem Loser, mit einer Lusche zusammenzuspielen. Und was war das? Der ist genau in der Granate stehen geblieben. Ich kann so gar nicht mit dieser Waffe umgehen. Ich weiß schon, warum ich euch immer sage, dass ich keine Snipern spielen kann. Und trotzdem versucht man's immer wieder. In Board Games geht's grad noch. Aber ich bin der Grund, warum wir grad am Ablosen sind. Äh, ja. Okay, jetzt bringt's auf alles nichts. Zurück zu Aukat 3. Zumindest ein bisschen was reißen. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, was mit mir los ist. Schon mit den Tomahawks. Ah, war wohl nix. Na gut, Leute. Ich versuch's nochmal und werde euch hoffentlich dann ein besseres Game zeigen. Wir sehen uns jedenfalls in meinem nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ich bin dann mal raus.